So, jetzt sind wir gerade mit dem Interview fertig in der Rooftop Bar in Berlin. Kann man noch mehr empfehlen, oder? Auf jeden Fall. Das ist ein geiles Hotel. Ja, gerade bei dem Wetter. Ich bin gespannt, was jetzt noch folgt. Michaela haben wir jetzt noch auf der Fashion Week eingeladen mit Harald Glöckler und das werden sicherlich sehr, sehr interessante Momente sein, die noch kommen werden. Wie gesagt, vom No-Name zum erfolgreichen Künstler. Freut euch drauf, wenn jemand wirklich es ohne Geld, ohne Kontakte schafft. Weil nur wenn du dran glaubst, dann kannst du es auch schaffen. So ist es. So ist es. Peace. So ist es.